Guten Morgen, Lieselotte, wie geht es dir? Wann trinken wir endlich zusammen ein Bier? Wann trinken wir endlich zusammen einen Schnaps? Wann fahren wir nach Bad Hersfeld? Dort blüht jetzt der Rops. Aber Lieselotte schweigt zu allen Fragen. Lieselotte, Lieselotte, was willst du mir damit sagen? Lieselotte, die Vögel, sie zwitschern, die Frösche, sie quaken. Es riehen die Pferde, es zupeln die Schnacken. Nimm dir ein Beispiel an diesen Tieren, Lieselotte, und fang endlich an zu kommunizieren. Lieselotte schweigt zu allen Fragen. Lieselotte, was will Lieselotte damit sagen? Lieselotte. Lieselotte schweigt zu allen Fragen. Lieselotte, was will Lieselotte damit sagen? Lieselotte. Lieselotte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.